BHIS, die Bad Homburger Infoshow. Wir zeigen Bad Homburg weltweit. Herzlich willkommen zur BHIS, der Bad Homburger Infoshow unter www.diebadhomburger.de. Heute, in der zwölften Episode, haben wir uns zwei Themen ausgesucht. Einmal aus der Serie Menschen über Bad Homburg. Wir erwischen eine Altstädterin bei dem Pressebericht der Taunuszeitung. Und im zweiten Teil zeigen wir ein Snapshot, wie sieht Bad Homburg an diesem 12. Februar aus. Außerdem, in eigener Sache, die Taunuszeitung vom 13.02.2010. Hier haben wir einen Bericht über die Bad Homburger Infoshow. Viel Vergnügen! Entschuldigung! Hallo, grüße Sie! Wir sind von der Bad Homburger Infoshow. Ich würde ganz gerne noch mal Ihre Meinung über Bad Homburg wissen. Ich kenne Sie jetzt. Vermutlich aus dem Bericht der Taunuszeitung vom 13. Februar 2010. Ja, das finde ich toll, dass hier mal einer da ein bisschen Mut hat, ein bisschen was zu rühren. Hier fehlt so vieles. Wie gefällt Ihnen die Stadt Bad Homburg? Ich finde, Bad Homburg lässt viel nach. Viele Leute sagen, dass es überhaupt ältere. Und die von außerhalb kommen auch schon gar nicht mehr gerne. Sie wissen sich so nichts mehr los hier. Der Volley hat zugemacht und so viele gute Geschäfte. Das ganze Flair hat verloren. Allein schon, wenn er in den Bahnhof kommt, die wird so Zeit, dass sich was tut. Ja, sonst kann ich nichts weiter berichten. Vielen Dank auf jeden Fall und Ihnen noch ein tolles Wochenende. Danke! Tschüss! Viel Spaß noch mit der Taunuszeitung! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Episode hier bei der BHIS, die Bad Homburger Infoshow. Mein Name ist Raffi Schiemanski und wir haben heute etwas Besonderes für Sie vorbereitet. Einfach für diejenigen, die heute nicht in Bad Homburg sein können. Heute ist der 12. Februar 2010 und nicht in Bad Homburg heißt im Ausland, in einer anderen Stadt, aber die einzige Möglichkeit, eine Verbindung zur Stadt zu haben, ist das Internet. Und aus dem Grunde sind wir auch da und hier sind jetzt einige Snapshots unserer Stadt Bad Homburg. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder nutzen Sie unser Hörerband unter der Nummer 032 12 12 24 662 für weitere Anregungen, Fragen oder auch Ihre Beiträge.